Hi Leute, heute geht es um deine Freiheit. Deine Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und zwar ist mir bei uns in der Gesellschaft immer wieder auffallen, dass viele heutzutage sehr dieses Freiheitsding leben. Und denken, sie haben die Freiheit, alles Mögliche zu tun und zu lassen. Und frei zu leben, frei zu lieben, frei zu sein und ständig was Neues zu machen. Und ja, dazu hat jeder heutzutage die Freiheit und das ist wunderschön. Und ein wichtiger Punkt dabei ist aber, wir haben immer die Freiheit, uns zu entscheiden. Aber die Frage ist, wie frei entscheiden wir wirklich? Ich sehe immer wieder, dass viele Menschen nicht wirklich frei entscheiden. Wenn man mal mit einem klaren Blick hinschaut, dann sieht man, dass sich bei vielen Menschen, bei den meisten Menschen, gewisse Muster ständig wiederholen. Das heißt, du siehst zum Beispiel in Beziehungen ständig dieselben Muster wiederholen. Am Anfang ist es vielleicht himmelhoch jauchzend und total glücklich verliebt. Und dann ist es immer wieder nach ein paar Wochen, nach einem Monat oder nach einem Jahr vorbei und immer wieder das gleiche Schema, nach immer wieder den gleichen Mustern und dann ist man wieder traurig und dann gleich wieder irgendwie ins Nächste gestürzt. Nur zum Beispiel. Und häufig ist es einfach nur ein impulsives Handeln, ein Reaktionshandeln, das überhaupt keine freie Entscheidung ist. Man weiß schon vorher, was derjenige macht und wie derjenige reagiert, wenn man den mal ein paar Jahre kennt, oft nur ein paar Wochen, weil es immer wieder die gleichen impulsiven Muster sind. Und es ist keine wirkliche freie Entscheidung. Es ist eine unbewusste Entscheidung. Und eine unbewusste Entscheidung ist im Prinzip keine Entscheidung, weil sie immer nur nach denselben Mustern abläuft. Und wenn jemand nicht anfängt, bewusst zu handeln, dann kannst du immer wieder sagen, hey, der macht das. Du sagst ein falsches Wort und du weißt genau, wie er reagiert. Du weißt bei gewissen Menschen genau, welches Wort, welche Sachen ich sagen kann und welche nicht, weil wenn ich genau die Sachen anspreche, dann geht er immer an die Decke. Es ist immer die gleiche Reaktion, da ist keine freie Entscheidung dabei. Da ist keine Entscheidung dabei, wie reagiert wird. Da ist keine Freiheit dabei. Und es gibt heutzutage viele Freiheiten. Aber man muss immer bei sich selbst reflektieren. Warum handelt man so? Die meisten freien Entscheidungen, die heutzutage getroffen werden, das sind nur impulsive Handlungen, wie gesagt, und sind keine wirklich freien Entscheidungen. Und dann ist es auch so, du als Individuum hast natürlich die Freiheit zu entscheiden, wie du möchtest. Aber das hat eine Auswirkung auf das Gemeinwohl, auf deine Mitmenschen. Und man sagt ja auch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Kleines Sprichwort. Kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt einfach Regeln, die wir gemeinsam in den Konsens getroffen haben, um unser Leben miteinander zu vereinfachen. Dazu zählen zum Beispiel auch so simple Sachen wie Straßenverkehrsordnung. Wir haben da Ampeln, wir haben Zebrastreifen und wir fahren alle auf der rechten Seite. Natürlich hast du das Recht. Du hast die Freiheit, hier in der Welt zu handeln, wie du möchtest. Du hast die Freiheit, auch auf der linken Spur zu fahren. Du hast die Freiheit, bei Rot über die Ampel zu gehen. Aber die Konsequenz ist daraus eben, dass du vielleicht überfahren wirst. Und es ist nur clever, sich an bestimmte Regeln und Gesetze zu halten, weil das einfach nur ein gemeinsamer Konsens ist, den wir getroffen haben, um besser miteinander auszukommen. Weil es halt vernünftig ist, wenn jeder auf der Straße auf der rechten Spur fährt. Und wenn einer eben auf der linken Spur fährt, ist es halt schwachsinnig. Und damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen. Und wenn du meinst, du hast die Freiheit, ständig Entscheidungen, auch im Privaten, auch wenn das keine Gesetze sind, zu treffen, die trotzdem Auswirkungen auf andere haben, dann ist es einfach nur unbewusst und egoistisch und ist von deinem kleinen Standpunkt als Individuum ausgehend. Und das sollte man bedenken, wenn man Entscheidungen trifft und wenn man dieses Wort Freiheit definiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz konkret Beziehungen anschaut, Ehen heutzutage, die sehr impulsiv aus Freiheit heraus einfach sofort geschieden werden bei den kleinsten Problemen, da wird keine Eigenverantwortung mehr übernommen. Weder Verantwortung für die Mitmenschen, für die Kinder oder Sonstiges. Man muss sich zum Beispiel mal überlegen, wenn man normalerweise eine Bindung eingeht, dann entscheidet man sich frei dazu. Und wenn man sich frei dazu entscheidet, dann sollte man auch dazu stehen. Heutzutage ist nirgends mehr dieses Commitment, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es auf Deutsch am besten übersetzt, aber diese Zustimmung, dieser Zuspruch, diese Entscheidung dazu, zu etwas zu stehen und es dann auch so zu machen, wie man es sagt. Mein Wort geben. Wenn ich mein Wort auf eine Bindung gebe, dann sollte das auch stehen. Weil das beeinflusst auch jemand anderen. Wenn es nur dich beeinflusst, kein Problem. Aber wenn du was sagst und dich festlegst und davon andere Menschenleben abhängig sind, wie zum Beispiel in einer Beziehung, in einer Ehe oder wenn du dich für Kinder entscheidest, wenn du dich dazu entscheidest, Kinder zu bekommen, dann ist es normalerweise ein Wort, das du gibst, das für mindestens 20 Jahre zählt normalerweise. Das heißt, für 20 Jahre legst du dich fest und sagst, ich übernehme für 20 Jahre die Verantwortung für diese Entscheidung. Und dazu sollte man auch stehen, weil das ist für ein Kind nicht schön, wenn es in einem unsicheren, in einem schwankenden Verhältnis aufwächst, wo nicht jegliche Unterstützung da ist. Und wenn du Kinder in die Welt setzt, dann ist es nicht deine alleinige Entscheidung, nicht deine alleinige Verantwortung, sondern es ist die Verantwortung deinen Kindern gegenüber und deinem Partner gegenüber, dass du alles dafür machen wirst, was dazu nötig ist. Und wir trennen uns heutzutage so schnell bei irgendwelchen Problemen. Ich war jetzt in Sri Lanka, dort ist es noch ganz normal, dass du dich einfach mal entscheidest und dann steht es halt so fest. Und es mag jetzt gut oder schlecht sein, natürlich. Es ist auch nicht immer gut, eine Beziehung aufrecht zu erhalten, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber dann muss man klar und deutlich darüber reden und für jeden anderen auch das Beste dabei suchen, weil man selber hat es sich dazu entschieden und dann sollte man dazu stehen. Und bei vielen ist es eben nur so, die flüchten immer wieder aus einer Beziehung, sobald sie konfrontiert werden mit ihren eigenen Schattenthemen, mit ihren eigenen Problemen, sobald die reflektiert werden, sobald diese erste Verliebtheitsphase mal rum ist, treten plötzlich wieder Probleme auf und man kriegt wieder eben diese Schattenseiten gespiegelt und dann wird wieder sofort ausgewichen und dann die nächste Beziehung gesucht und das gleiche geht wieder von vorne los. Es ist nur ein impulsives Handeln. Es wird nicht durch Eigenverantwortung gelöst und geschaut, was da überhaupt dahinter steckt. Und es werden keine freien Entscheidungen dann dabei getroffen, sondern nur Impulsivhandlungen. Sonst wird es sich nicht ständig wiederholen und so treten manche Menschen und drehen sich ständig im Kreis, ständig die gleichen Muster wiederholt, ohne Entwicklung, die stattfindet. Wenn du immer nur in die Vergangenheit schaust und impulsiv handelst, ohne deine Intelligenz zu verwenden, ohne Bewusstsein zu entwickeln, dann wiederholst du nur, was schon da war und bewegst dich immer nur im Kreis. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn es um Freiheit geht, was man bedenken sollte, solltest auch die Freiheit anderer Menschen beachten, wertschätzen, selbst reflektieren. Also, was du machen kannst, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du zum Beispiel davor stehst und siehst, hey, du hast Probleme in der Beziehung, dann solltest du genau hinschauen, was sind das für Probleme, sind die schon mal aufgetreten? Und schau nicht zu sehr auf die äußeren Gegebenheiten, sondern auf die Gefühle, die das in dir auslöst. Was passiert dabei in dir? Ist es in der letzten Beziehung vielleicht ähnlich zu Ende gegangen? Läufst du da vielleicht vor irgendwas davon? Also reflektier selber, wenn du vor einer Entscheidung stehst. Warst du schon mal an diesem Punkt? Rein gefühlstechnisch und rein emotional, gedankenmäßig, hattest du da ähnliche Gedankengänge, ähnliche Gefühle in der Situation, als es das letzte Mal aufgetreten ist? Und dann kannst du schauen, wie handelst du jetzt? Dann weißt du, das letzte Mal hast du so gehandelt und dann hast du vielleicht wieder neu angefangen und jetzt stehst du aber wieder am gleichen Punkt. Anscheinend hat nicht viel Entwicklung dabei stattgefunden. Jetzt kannst du dich bewusst dazu entscheiden, mal hinzuschauen, was steckt vielleicht hinter diesen Gefühlen, hinter diesen Gedanken, sich das mal anzuschauen. um das mal zu reflektieren, was macht es mit dir selber? Und dann ist es eben immer so in so einer Entscheidung, bist ja nicht nur du eingebunden. In einer Partnerschaft betrifft es deinen Partner. Was hast du deinem Partner gesagt? Frag, wie er sich dabei fühlt, wie du es ihm angenehmer machen kannst. Schilder ihm einfach nur, wie es dir gerade geht in der Situation und was du dich gerade fragst, was gerade in dir vorgeht. Dein Partner verdient es, dass du das mit ihm teilst. Weil du hast dich dafür festgelegt, mit ihm den Weg jetzt erstmal zu gehen. Und dein Partner verdient es dann auch, zu wissen, was in dir vorgeht, wenn es ihn auch betrifft. Weil das eine Entscheidung ist, die ihn eben auch anbelangt. Und dann red einfach mit ihm drüber. und bleib aber dabei bei dir und frag auch den Partner einfach, was das mit ihm macht. Ohne, dass dein Partner jetzt anfängt, dir irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern frag einfach, was das mit ihm macht, dass jeder bei sich schaut, was das für Gefühle in einem auslöst. Weil es bringt nichts, ständig auf den anderen zu projizieren. Du musst eine Lösung in dir finden und es bei dir mal anschauen können, um dann eine klare Entscheidung zu treffen. Sonst werden sich die Muster immer wieder wiederholen. Und das bist du deinem Partner schuldig, diese Situation so zu klären und anzusprechen, was in dir vorgeht. Genauso mit deinen Kindern. Weil die haben da mitzureden, wenn du dich für Kinder entschieden hast. Dann haben deine Kinder dazu mitzureden, ob du umziehst, ob du gewisse andere Entscheidungen triffst. Die haben da mitzureden. Oder haben zumindest sollten teilen können, wie es ihnen damit geht. Und du solltest es ernst nehmen und berücksichtigen. Weil du hast die Entscheidung getroffen, Kinder in die Welt zu setzen. Und dann hast du nicht die Freiheit, alles Mögliche zu machen, ständig mit anderen Dingen beschäftigt zu sein und dich nicht um deine Kinder zu kümmern. Das ist eine Entscheidung, die du dabei getroffen hast und das solltest du dann mit denjenigen besprechen. Und dann einen Konsens treffen. Offen drüber reden, wie du dich dabei fühlst, was für Gedanken man dabei hochkommt. Das ist deine Freiheit. Ja, die hat jeder. Ansonsten, mich würde deine Meinung dazu brennend interessieren. Also schreib einfach unter das Video und erzähl, was du davon hältst, was da deine Erfahrungen mit vielleicht sich wiederholenden Prozessen und Entscheidungen sind. Ja, macht's gut, Leute. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018